Hallo liebe Community und herzlich willkommen zurück zu Geweckt du Fliege. Mark of the Ninja mit mir, dem Death Rock und in der letzten Folge hatten wir viel Spaß mit Zügen, die da oben auch noch rumfahren. Wir müssen auch glaube ich gleich noch den Weg zurück wieder. Aber jetzt machen wir erstmal dieses schnieke Secret, was ich hier gefunden habe und los geht's. Oh je, oh je. Okay, warum kommt hier kein Licht hin von der Lampe? Hier geht's runter? Nein, 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 nein. Ich will nicht raus. Okay. Ich denke mal, wir müssen hier wieder hier mit arbeiten. Was passiert, wenn ich hier dran drehe? Ah ja. Ah ja. Okay, dann gehen wir erstmal da oben hin. Okay, das geht an. Was können wir hier machen? Die können wir wahrscheinlich unten wieder raus. Hä? Ganz schön hell hier. Was passiert hier? Da geht das Licht an. Dann gehen die anderen Lichter wahrscheinlich auf der anderen Seite an. Oh, die sind... Oh, du gehst aus dem Gebiet raus. Nervt mich halt nicht. Kommen wir ganz darüber? Kommen wir. Easy. Zack, dann geht das Licht an. Ui. Hier geht dann das Licht an. Was ich davon habe, weiß ich nicht. Vielleicht das kaputt machen. Was versorgt das denn mit Strom? Den Schalter... Und irgendwas. Die Dinger. Was? Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. So, wieder in die Mitte. Können wir die noch weiter drehen? Dann gehen die aus. Dann kann ich das da kaputt machen wahrscheinlich. Da, ne? Ah! Natürlich. Jetzt machen wir das hier. So, die alles entscheidende Frage ist... Wie komme ich da oben hin? Was passiert denn, wenn ich das Licht da kaputt mache? Das ist ziemlich gar nichts. Schon mal gut. Oh. Oh. Habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen? Boom! Und der gehört, der nächste Sieg mit uns. Wunderbar. Funeralrechte für denjenigen, der die Mark betrachtet. Bevor der Nacht. Der Ninja, oder Kunuichi, der die Mark betrachtet, kneelt in der Lichtung von der Klan. Der Klan hat keinen Macht. Aber trotzdem geben sie ihr Licht an der Klan. Der Klan. Die Klan. Ach du Scheiße. Okay, man kann hier oben lang. Ja, das hätten wir mal vielleicht sagen sollen. Puh! Oh, Mann, ja, ey. Wann hat der so ein gelbes Licht? Ist das was Bestimmtes? Oh. Bevor wir noch weiter gehen, ihr braucht Weapons. Old Tyra hat immer viel an der Hand auf der Topf der Tauern geschlossen. Wann er da stehen? Ich würde ihn vielleicht hier runterladen. Oh. 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 Tschüss. Man wird so langsam mit der Zeit so ein bisschen besser, wird das Gefühl. Wenn man das eine Zeit lang spielt. Nee, auch nicht. Dann kann man runter. Was müssen wir jetzt machen? Äh, hol die Ninja-Ausrüstung zurück von 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 irgendwo. Perfekt. Das heißt, wir gehen einfach mal hier nicht rein. Da ist es doch, oder? Das ist doch unser Kram. Ich sehe hier jetzt niemanden. Was haben wir hier? Da sitzt einer, chillig. Machen wir jetzt erstmal kaputt. Hm. Oder auch nicht. Egal. Trotzdem ist er ziemlich im Dunkeln. So. Good old Tyra. Even in Death. You never let us down. Now we must find us before they find us. So. Jetzt haben wir hier neuen Kram. Was haben wir hier? Ein schönes Fallschirmstoff. Drück und halte A im Fallen oder im Sprung, um deine Landung abzubremsen. Cool. Können wir das verbessern? Können wir hier. Was haben wir denn hier noch schönes? Verstärkter Stoff. Nehmen wir auch. Was haben wir hier? Weiche Stoff, Tabi. Verbessert dein Schuhwerk, um deine Geräusche beim Laufen zu vermindern, aber nicht völlig unhörbar zu sein. Nehmen wir Glidekick. Ah, ja, die sind alle nicht so wichtig jetzt. Verbesserte Ablenkungsfackel. Mit einem Spezialzünder können die Leuchtfackeln in der Ferne gezündet werden. Um sie nach dem Wurf zu aktivieren. Vielleicht brauchen wir sowieso fünf Punkte. Das haben wir nicht. Dann bleiben wir erst mal so. Ach, guck mal. Wir haben jetzt auch ein neues Dingens. Ach, aber dann können wir das nicht benutzen. Das ist ja doof. Nehmen wir die Stachelmählen, die sind eigentlich ganz praktisch gewesen. Erreiche das Hauptgelände. Wo sind wir denn? Natürlich! Das dauert ja noch mindestens fünf Folgen. Guck mal, wie das ist. Das ist ja nice. Gefällt mir. Da drinnen sehe ich schon wieder so ein paar Spinner. Guck mal. Kommen wir da hoch? Wenn ich hier den Kollegen hier mache. Ach, guck mal. Cool. Ist das ein Exploit? Ich weiß es nicht. Erreiche das Hauptgelände. Das haben wir jetzt mal chillig erreichen hier mit unserem Batman-Move. LoL. Soviel zum Batman-Move. Ich lasse mich aber nicht einschüchtern. Ich versuch's nochmal. Hallo. Tschüss. Hab ich gemerkt. Hab ich gemerkt. Hab ich gemerkt. Da kommt einer. Schon wieder U-Bahn-Züge. Äh. Nein, Moment. Misch dich nicht. Oh, Mama. Wo denn? Wo geht's denn lang? Da geht's lang. Oh, Gott. Das ist ein ganz schön trächtiger Zugverkehr, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist wieder Licht. Das ist eine Falle wahrscheinlich. Ach so. Steht zwar nicht, was das jetzt klingen soll. Wobei. Ne. Ne. Hab ich nicht verstanden. Da haben wir einen Soldaten. Ich geh rein, mal zu. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Aber nichts. Oh, guck mal. Ein Relikt. Sind das verbesserte Lichter? Oder warum sind die so komisch? Und der ist jetzt alle synchron gesagt? Ich wäre nett. Woof. Wir sind eine ganze Zeit. beingj � ziest parsley. in die Welt. Nicht auf mich gucken. Tschüss. Läuft er eigentlich gerade ziemlich schnuckelig hier ab? Ich weiß nicht, wofür das ist. Wo sind wir denn? Wir sind fast da. Wir müssen hier hoch und da durch. Da ist niemand. Ach, der Kollege ist... Oh mein Gott. Falle. Ich muss mir da nicht einfach so eine blöde Mini hinwerfen. Ey. Ups. Lass uns raus. Warum kann ich da nicht durchgucken? Fällt mir nicht. Hoho. Weiß ja einer. Wir sind zurück. Nicht viel von einem Zuhause kommt, ist es? Was du nicht sagst, Mädel. Es ist Zeit, Azai zu konfrontieren. Mit dieser Stunde der Nacht muss er in seinem Garten sein. Ich weiß nicht, dass er nicht in seiner Garten ist. Müssen wir da irgendwas machen? Ich hoffe nicht. Holy shit Das Gesicht hat mich ein bisschen verstört So, hier ist jetzt hier nicht niemand Das heißt, das können wir kaputt machen alles Müssen wir wahrscheinlich auch Okay, jetzt sind wir hier Das hat nicht so viel gebracht jetzt Oder müssen wir hier durch Ich mach den Weg in Asaisgarten frei Hast du das nicht gemerkt? Oje Zack Sneaky hinter ihm her Und weiter geht's Gehen wir überhaupt in die richtige Richtung? Scheinbar Was bringen diese komischen Gesichter? Ich hoffe die Statue bleibt auch eine Statue Was? 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 Ganz leise mein Freund Und Hab keine Angst Und Gute Nacht Was? 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 Da ist ein Schalter Da ist ein Schalter Kann man den betätigen? Oh Netter Versuch meine Freunde Das war doch eigentlich schon eine ganz schlaue Idee oder nicht? Was? 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 Okay Der Sniper guckt immer nach oben und nach unten Sagen wir mal Das so zu regeln Das so zu regeln Ist das vielleicht Guckt aber weit nach oben 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 So und jetzt aber nicht mehr Nein! Das gab ja gar niemand Der hat ja eine Gasgranate reingeworfen Wo sind wir denn hier? 1939? Okay die machen da drüben High Life Und wir gehen auf die andere Seite Da ist ja auch kein Sniper Scheiber So ganz leise mein Freund Zack Zack So den auch Das heißt es ist nur noch einer Was mache ich hiermit? Und jetzt? Achso da muss ja Der andere Schaltung muss ja auch noch getippt werden glaube ich Das heißt ja da oben muss auf jeden Fall Oh jubobs Tada! Das war ich nicht Das ist ein Trapp! Das ist ein Trapp! Das ist ein Trapp! Hat der kaputt gemacht? Der Lappen ey Das ist ja wohl nicht So gute Nacht Ach bann Der Sniper regt mich auf Leute Wie war so das Geräusch! Die Breath Du hörst du? Du nirgends... Tret ich um! Tret ich um, Junge! Tret ich um! Uiuiui Da ist niemand Oh du Penner Der Sniper, der Sniper ist nicht so ganz geil Der hat mich erwischt So jetzt nochmal ihn Ach lol So was denn Dann nehmen wir halt erstmal den Machen das Licht hier an Ach guck mal einer an, hallo Jetzt wird das easy peasy hier Zack eine dahin Eine dahin Eine dahin Hey Kollege Oh nochmal eins Und tschüss Eins Ah Entschuldigung Zwei Dann den hier Oh Und jetzt Aha Oh oh Das ist das Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Ich weiß dass du hier sei Da oben läuft einer. Da oben läuft einer. Wo denn? Und? Und? Mädel, ich hab was gefragt. Und tschüss. Gute Nacht. Oh, wo kommt der denn her? So, Leute. Aber ich würde mich für diese Folge verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es wieder heißt, Mark of the Ninja. Und bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und tschau. Tschüss. 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 Tschüss.